Ich weiß nicht, dass der Hertha von Ihnen an und dann ist der Regionalexpress nach. Ja. Ja. Gibt's auch nicht hier, oder? Ja, das muss ich noch durchgesagt. Ja, ja. 14 und 12. Ja. Wann kannst du es wieder in der Garten? 20. 20 Uhr. In der Vergangenheit ist die Information. Unser Zug hat nun einiges an der Verspielung wieder aufgeholt und jetzt viel früher eingetroffen, als man uns prognostiziert hatte. Wir haben jetzt eine Verspielung von drei, zehn Minuten. Wir erreichen Fulda dann voraussichtlich gegen 14.07 wegen der Anschlusszüge. Das ist gar nicht informiert. Da steht zu Spaß, oder? Ja, ja. Das zeigt nicht. Und dann geht das nicht. Das mag gar nicht. Du musst mal abfahren. Ja, klar. Du musst doch reinfahren. Du musst doch reinfahren. Du musst doch vorher sagen. Das ist doch gut, Alter. Ich weiß nicht, Alter. Das ist nach Fulda, hier, du. Ne, Fulda. Ja. 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 Wie das funktioniert, verstehe ich gar nicht. Ja, herrscht. Ja, ha ha ha. Hier gibt es Informationen zu den Anschlüssen in Fulda. Fulda reichen wir gegen 14.08 Uhr. Von glücklich vorauslich auf Gleis 4 an die nächsten Reisemöglichkeiten dort weiter in Richtung Berlin-Ostbahnhof, Göttingen, Berlin-Wandau, Berlin-Hauptbahnhof mit ICE 370 und 14.12 Uhr Gleis 6. In Richtung Dresden-Neustadt mit ICE 651, 14.50 Gleis 7. Nach Gersfeld-Röhen um 14.20 Gleis 9. Nächster fangen Sie halt dann Fulda gegen 14.08. Alter, kommt er da jetzt weg. Gehen wir wieder zurück? Bist du wieder zurück? Dann könnt ihr nicht arbeiten. Ich weiß. Ja, da wollen wir ja, dann gehen wir ohne. Ja. 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 Und wenn du noch THAT darfst. Rundfunk Die Räume ist in der Nähe der Räume. Das war's, der ist nicht so. Alright, wir sind auf der Kiste. Okay, wir sind auf der Kiste. Oh, okay. So, wie geht's? Ah, der ist auch ein Schlecker. Jetzt nur 33. Jetzt nur 33. 38. Kaffee Wir sehen uns im nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Schreibe nicht mehr, dass wir jetzt nicht mehr sehen, dass wir jetzt nicht mehr sehen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, aber der Bohr ausgabst du uns den Text ja nicht. Was ist denn da? Was ist denn da? Was ist denn da? Was heißt denn da? Was ist 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 denn da? Ja, so machen wir es. Was ist denn da? Was ist denn da? Das war ich eigentlich nicht. Das ist wirklich etwas zu beschrieben. Ich bin erst noch ein Leute und dann ziehen wir eine Flieger. Ich hab nur die ersten. Die ersten 8. Das heißt, ich saß den ersten und dann kam raus. Das ist so ein bisschen zufrieden. Das ist so ein sauberer Typ. Das ist so ein bisschen zufrieden. Moment. Ich hab nur die ersten und dann kam raus. Das ist so ein bisschen zufrieden. Ich hab nur die ersten Zeit auch. Ich hab nur die ganze Zeit aufs. Das ist so ein bisschen zufrieden. Das ist so ein bisschen zufrieden. Ich hab nur die erste Zeit oder die Zeit, bis ich hier nicht anbricht. Im Leben auf der Zeit diputieren. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank für's Zuschauen. Vielen Dank. 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 , 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 ,, , , , , , ,, , ,, , ,, , ,, ,, ,, , 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Außerdem erreichen Sie noch die Regionalbahn nach Weilheim über Starnberg und 16.59 Uhr von klein 30 Und die Regionalbahn nach Koppeln über Starnberg und 16.59 Uhr von klein 30 Wir verabschieden uns hier von allen Fahrgästen, bedanken uns für die Fahrt im ICE und wünschen Ihnen noch ein angenehmes Wochenende Dear guests, we will be shortly arriving our final stop Munich today at 4.43 on platform 23 Munich connecting trains are local train to Dinkelscherm and Donaubert Departure time 4.54 on platform 16 A local train to Salzburg via Rosenheim and Traunstein Departure time 4.55 on platform 9 And the night to Karlsruhe via Augsburg-Ulf and Stuttgart Departure time 4.58 on platform 10 Thank you for being our guest today Take care and goodbye Take care and Welcome to the audience Come you JS Send an dermatologischer Take care and subscribe Focus on first to Lakewood me Take care and subscribe Hello Take care and subscribe Or show Das ist so schön. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020